bares geld sparen millionen rentner profitieren vom neuen rentnerausweis mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de meine damen und herren es wird ja viel veröffentlicht zum leben der rentner dass das alles ganz ganz teuer geworden ist das wissen wir auch alles und da gibt es natürlich für sie auch eine gute nachricht es gibt diesen neuen rentnerausweis der seit 2020 ja mit den rentenbescheiden verschickt wird und wer den noch nicht hat meine damen und herren der sollte sich den auf jeden fall mal holen das vorangestellt worum geht sie können als rentnerinnen und rentner wenn sie eine gesetzliche artersrente beziehen und diesen rentnerausweis haben ich zeige ihnen mal wie das ding aussieht meine damen und herren so sieht max mustermann rentenbescheid oder rentnerausweis aus können sie wirklich bares geld sparen und das ist nicht nur einfach so daher gesagt sondern auf dem internet auf der internetseite von t online oder gegen harz können sie das wirklich wunderbar nachlesen wo man da alles richtig viel geld sparen kann also zum beispiel bei kultur und freizeit bei theater und oper häuser museen gibt es in der regel spezielle rentnertarife immer nachfragen keine angst haben dass es keine bettelei meine damen und herren sie holen bitte ihren rentnerausweis aus ihrem portemonnaie heraus sie stecken ihn natürlich vorher da rein sie holen ihn raus und sagen voller stolz leute ich bin rentner wie sieht es aus was habt ihr hier für feine rabatte oder für vergünstigte eintrittspreise für mich und dann gehen sie dahin und dann öffnen sich für sie selbstverständlich auch hier mit den entsprechenden vergünstigungen die türen und das muss ja wie gesagt das können zoos tiergärten naturpark sein auch bei sportveranstaltungen zum beispiel manche fußballstadien bieten das auch an hier in dem beitrag vom t online fc bayern zum beispiel zahlen die rentner nur von 65 oder rentner die in rentenausweis haben nur einen halben preis das ist doch fantastisch ja da kann man also geld sparen und wenn sie nur einen halben preis bezahlen dann bleibt mit sicherheit grenzen der wahrscheinlichkeit für sie auch ein bisschen kohle noch übrig für ein gläschen bier und eine klassische deutsche bockwurst meine damen und herren aber wer auch gerne bildung macht als rentner der kann selbstverständlich hier noch geld sparen ja es gibt vergünstigte angebote bibliotheken bieten die leihe zu günstigeren preisen an auch die volkshochschulen bieten hier entsprechende weiterbildungsmaßnahmen für rentner deutlich zu günstigeren preisen aber was ganz wichtig ist ist das thema mobilität meine damen und herren mobilität nicht nur im öffentlichen nahverkehr sparen sie sozusagen also hier in halle zum beispiel gibt es auch rentner tarife bei der havag sondern sie können auch bei einer bahncard richtig geld sparen das heißt also bahncard 25 zweite klasse bezahlen sie nur 38 euro 90 statt 59 90 bei der bahncard 50 ist es sogar die hälfte weniger die sie zahlen müssen sport und wenn es auch fitnessstudios in einigen fitnessstudios gibt es sogar auch spezielle rentner tarife senioren angebote ich kann nur sagen nutzen sie das haben sie bitte keine falsche scham die fragen nicht danach ob sie grundsicherungsempfänger sind sondern die sehen ihren rentnerausweis und sagen jawohl kommen sie zu uns meine damen und herren auch banken bieten oftmals günstigere konditionen für rentner an und der rundfunkbeitrag kann unter umständen auch für sie ermäßigt sein aber da geht es dann schon wieder in den richtung grundsicherung der rentner rein meine damen und herren keine falsche scham vielleicht gehen sie auch mal in die ein oder andere gaststätte und fragen dort auch nach ob es dort spezielle tarife oder spezielle angebote für rentnerinnen und rentner gibt man weiß es nicht manche sind schon so offen und sagen okay wir bieten für unsere senioren die oftmals weniger geld haben als arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer das essen vielleicht auch zu vergünstigten preisen an ich würde auf jeden fall nachfragen ich hätte damit definitiv kein problem und zu guter allerletzt meine damen und herren daddeln sie doch einfach ein bisschen im internet ja ich weiß dass die meisten rentnerinnen und rentner schon ein handy haben und dass sie da sozusagen immer mal rumgoogeln ja und dann können sie sich selbstverständlich auch dort entsprechende angebote einholen ruhig nachfragen ob es für sie da auch entsprechende rentner senioren angebote ermäßigt gibt ja das soll es gewesen sein zum thema bares geld sparen mit dem neuen rentner ausweis den es ja seit 2020 gibt wenn sie den noch nicht haben fordern sie den bitte von der rentenversicherung an ich möchte mich bei dem redaktionsteam von gegen harz aus hannover recht herzlich bedanken für den hinweis insbesondere herrn bertram und dem kollegen us anhalt dr us anhalt aus hannover von gegen harz die haben auch einen wunderbaren beitrag zu diesem thema auf ihrer internetseite veröffentlicht den werde ich selbstverständlich in diesem video in der video beschreibung noch mit verlinken also ihnen alles gute mit ihrem neuen rentner ausweis ich zeige ihn denn noch mal und dann wünsche ich ihnen selbstverständlich wie immer ja hier bares geld sparen und dann wünsche ich ihnen selbstverständlich wie immer eine super rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel